Warst du schon in deinem Leben müde, kraftlos, erschöpft und unmotiviert? Wenn ja, was hast du dagegen unternommen? Kennst du Methoden, die dabei helfen, dagegen zu wirken und die auch hilfreich sind? Letzte Woche war ich in so einer Situation. Und noch vor meiner Arbeit, vor der Spätschicht, wusste ich eigentlich nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Meine Frau hatte den Vorschlag gehabt, ich gebe dir ein paar Tropfen von Pfefferminzöl und das wird dir richtig Power geben. Ich dachte eher an eine Tasse Espresso mit Schokolade. Mein Sohn würde wahrscheinlich sagen, trink doch Energy Drink und das wird dich durch den ganzen Tag auf den Flügel tragen. Das gibt richtig Power und Energie. Also es gibt schon so Methoden, die uns helfen, in unserem alltäglichen Leben bei der Kraft, bei der Energie, bei der Freude zu bleiben. Aber kennst du auch die Methoden, die uns helfen, aus der geistlichen Müdigkeit, Mutlosigkeit oder Kraftlosigkeit rauszukommen? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich in solchen Situationen einfach zu Gott komme und zu ihm bete. Mit den Worten, Herr, erquicke meine Seele, denn ich bin müde geworden und kraftlos. Und wüsste, heute kann ich mit Überzeugung sagen, dass Gott jedes Mal mein Gebet erhört hat und er hat mir jedes Mal geholfen. Und meine Frage lautet, wie wirkt eigentlich Gott in unserem täglichen Leben? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, durch den Heiligen Geist. Und das ist unser Thema heute, der Heilige Geist. Vor ein paar Wochen haben wir bei der Bibelbetrachtung mit diesem Thema gestartet. Und heute möchte ich ein paar Gedanken in diesem Gottesdienst einfach weitergeben. Zu Beginn lese ich aus Johannes Kapitel 14, Abvers 15. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und bei diesem Abschnitt, auch bei der Bibelbetrachtung, bei dem ersten Thema ist mir ein Punkt direkt wichtig geworden. Jesus sagte, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde dafür sorgen, dass an meiner Stadt der Tröster kommt und das ist der Heilige Geist. Und er wird bei euch und in euch bleiben und er wird euch in eurem täglichen Leben begleiten und euch helfen. Ich habe ein Privileg, meine Eltern zu haben, aber als Kind habe ich einen Vorgeschmack bekommen, was es bedeutet, ohne Eltern zu sein. Als fünfjähriges Kind war ich an einer Leberkrankheit erkrankt und das war Hepatitis. Und damals in der Sowjetunion wurden solche ansteckenden Krankheiten sehr streng behandelt. Ob Erwachsene oder Kinder, sie wurden im Krankenhaus isoliert und erst dann behandelt. Und so war ich auch als fünfjähriges Kind im Krankenhaus für die nächsten zwei Monate ohne Eltern gelandet. Ich kann mich ganz gut erinnern, als ich fünf Jahre alt war, dass ich eine starke Sehnsucht hatte nach meinen Eltern, vor allem nach meiner Mama. Also ich habe auch sehr schnell verstanden, weinen bringt mich nicht weiter, ich muss irgendwie durch diese Zeit alleine gehen. Und eines Tages lag ich im Bett mit feuchten Augen, mit einer starken Sehnsucht und ich habe dadurch ein Gefühl bekommen, dass meine Mutter im Treppenhaus vor der Eingangstür steht. Ich bin aus dem Bett aufgestanden, habe mein Zimmer verlassen, bin dann in den Flur gegangen und tatsächlich, meine Mutter stand im Flur vor dem Treppenhaus und hat sich mit der Krankenschwester unterhalten. Keine Krankenschwester konnte mich zurückhalten. In ein paar Sekunden war ich in ihren Armen, ihre Umarmung, ihre Tränen, ihre Küssen. Also das kann ich bis heute nicht vergessen. Warum? Weil ich diese starke Sehnsucht hatte nach meiner Mama. Und dieses Ereignis in meinem Leben hat in mir auch die Spuren hinterlassen. Später, als ich schon ein bisschen älter war, in unserem Ort gab es auch ein Waisenhaus. Und als ich bei diesem Waisenhaus einmal vorbeigegangen bin, es war im Winter, es war schon dunkel und ich habe gesehen über den Zaun, dass da viele Kinder draußen im Hof gespielt haben und nur ein paar Erzieher dabei waren. Und in meinem Herzen ist ein Schmerz entstanden, weil ich habe mir die Frage gestellt, warum haben diese Kinder keine Eltern? Und wie können sie das überhaupt ohne Eltern zu leben? Und weil ich keine Antworten auf diese Frage hatte, bewirkte das in mir so einen Schmerz. Und was haben wir in unserem Text gelesen? Jesus sagte, ich werde weggehen. Ich werde nicht bei euch bleiben können. Aber ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht als Waisen zurückbleibt. Ich werde dafür sorgen, dass an meiner Stadt der Tröster, der Heilige Geist kommt. Und meine nächste Frage lautet, und diesen Punkt möchten wir bei diesem Thema betrachten, welche Wirkung hinterlässt der Heilige Geist und bewirkt es in unserem Leben? Und was bewirkt er in unserem Leben? Schon Jesus erläuterte den Jüngern die Aufgabe des Heiligen Geistes. Was wird er hier auf dieser Erde machen? Wir lesen aus Johannes 16 ab Vers 8. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dafür sorgen, dass er der Welt überführen wird von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich, an Jesus glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist auf diese Erde kommt, dann wird er dafür sorgen, dass den Menschen die Augen geöffnet werden. Schon in der Bibelbetrachtung haben wir eigentlich ausführlich darüber besprochen, wann wir den Heiligen Geist bekommen. Klar, wenn wir die Entscheidung in unserem Leben für Jesus Christus treffen, wenn wir Wiedergebote erleben, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wir sehen, dass der Heilige Geist laut dieser Bibelstelle auch schon davor in den Menschen wirkt und eine Wirkung hinterlässt, indem er einfach die Augen den Menschen öffnet und denen Erkenntnis gibt, dass sie als Weisen in dieser Welt sind, dass sie ohne Gott leben, dass sie ein gottloses Leben führen und eigentlich als Sünder vor Gott leben. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Menschen zu dieser Erkenntnis bringen. Und erst wenn die Menschen es sehen und erkennen, sind sie überhaupt in der Lage, zu Jesus zu kommen, um die Vergebung der Sünden zu bekommen. Warum ist das so wichtig? Ich habe in meinem Leben eine negative Erfahrung gemacht. Und zwar, als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich mir auch Mühe gegeben, in meiner Familie ein Zeugnis zu sein. Ich habe Gespräche geführt mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Und ich erinnere mich ganz gut, als ich mit meinem achtjährigen Bruder gesprochen habe. Und ich habe ihm erklärt, wie wichtig es ist, dass der Mensch sich mit Gott versöhnt und das durch Jesus Christus. Und nach dieser Erklärung habe ich ihm die Frage gestellt, Joran, was meinst du? Hast du es verstanden? Und er sagte, ja. Und ich stellte die nächste Frage, möchtest du auch zu Jesus kommen? Und er sagte, ja. Und ich sagte, ja, dann komm, dann lass uns zusammen beten. Wir knieten uns nieder. Und er betete, Herr, ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Und mir schien so, dass er es wirklich verstanden hat und dass es die Bekehrung ist. Aber wisst ihr, was nach dem Gebet geschehen ist? Mein Bruder hatte eigentlich danach überhaupt kein Verlangen, über Gott zu sprechen, zum Gottesdienst zu kommen, die Kinderstunde zu besuchen oder zu beten. Und ich merkte, dass es irgendwas da schiefgelaufen war. Und ich habe mir die Frage gestellt, Alderman, was hast du falsch gemacht? Und erst durch die Jahre habe ich es verstanden. Als ich mit meinem Bruder gesprochen habe, dann habe ich zu seinem Verstand gesprochen. Und er hat es begriffen. Aber ich habe total ausgeblendet, dass es noch der Heilige Geist ist, deren Herzen der Menschen wirkt und die Menschen zu diesem Erkenntnis führt und leitet. Und deswegen ist das nur bei dem Verstand geblieben. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Menschen sich als Sünder erkennen und zu Jesus kommen, um die Vergebung der Sünden zu bekommen. Und das ist Punkt Nummer eins. So wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Der nächste Punkt, der Heilige Geist nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, sorgt dafür, dass wir auch die Erneuerung der Gedanken bekommen und dass in unserem Leben eine Veränderung stattfindet. Und das ist auch Verdienst des Heiligen Geistes. Eine Schwester wurde einmal gefragt, wie hat sich dein Leben nach der Bekehrung verändert? Und sie sagten, wisst ihr, vor der Bekehrung, da kehrte ich immer im Zimmer um den Teppich herum. Aber nach der Bekehrung rollte ich jedes Mal den Teppich zusammen, um auch unter dem Teppich zu kehren. Vor der Bekehrung, vor allem ab meinem 16. Lebensjahr, da habe ich angefangen, gegen meine Eltern zu rebellieren. Ich war der Meinung, ich bin groß genug, ich bin erwachsen genug, ich bin jetzt selbstständig und bin in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das führte oft zu den Konflikten zwischen mir und meinen Eltern. Vor der Bekehrung hörte ich zum Beispiel Rockmusik und diese Art der Musik hat meinen Eltern überhaupt nicht gefallen. Nach der Bekehrung hörte ich nur christliche Lieder und ich lasse sehr viel aus der Bibel und ich betete auch sehr oft in meinem Zimmer. Es ist eine Veränderung auch in meinem Leben stattgefunden und meine Eltern waren mit dieser Veränderung stark überfordert. Sie haben gesehen, dass ich von einem Extrem in den nächsten reinrutsche, dass ich sehr wahrscheinlich einfach verrückt oder zu einem religiösen Fanatiker geworden bin. Also sie kamen mit dieser Situation gar nicht zurecht. Aber ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, dann sage ich mit Überzeugung, dass es das Wirken des Heiligen Geistes war und er bewirkte es in meinem Leben so, dass in meinem Leben diese extreme Veränderung stattgefunden hat. Über solche Veränderungen lesen wir auch in der Bibel. Zum Beispiel, wir lesen über Zacchaeus, der, nachdem ihm die Augen geöffnet wurden und er erkannt hat, dass er sehr viele Fehler in seinem Leben und sehr viele Sünden gemacht hat, dann war er bereit, das in Ordnung zu bringen und ein neues Leben zu führen. Oder wir lesen von Paulus. Paulus war ein Pharisäer und in Philippa Kapitel 3 lesen wir, wie Paulus sagt über sich, dass er, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Das heißt, wenn jemand Paulus damals als Pharisäer angeschaut hat, dann hat er gesehen, dass er bei Paulus keine Fehler war und dass er ein perfekter Pharisäer war. Er war untadelig als Pharisäer im Gesetz. Aber als er unterwegs nach Damaskus war, dann erleuchtete ihn das Licht und er sah sich im Licht Gottes und er erkannte, dass er eigentlich nicht mit Gott, sondern gegen Gott lebte und dass er ein Sünder ist. Und so ein Sünder, dass er in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 sagte, ich bin der schlimmste Sünder von allen Sündern gewesen, denn ich wirkte gegen den Herrn Jesus Christus. Aber nach seiner Bekehrung ist Paulus zu dem Diener des Herrn geworden und er diente dem Herrn Jesus Christus. Und das bewirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Der Heilige Geist ermöglicht nicht nur diese Veränderung, sondern er gibt uns auch die Kraft, um ein neues Leben zu führen. Vor meiner Bekehrung hatte ich auch eine schlechte Gewohnheit gehabt. Ich war am Rauchen und eigentlich, ich habe angefangen, als ich in der technischen Schule war und eigentlich konnte ich schon noch vor meiner Bekehrung mit dieser schlechten Gewohnheit für eine bestimmte Zeit aufhören. Zum Beispiel in den Sommerferien habe ich auf einmal aufgehört zu rauchen und es ist gut gegangen. Aber nach den Sommerferien, wenn ich wieder in der technischen Schule war und in meinem Freundinkreis stand, dann wurde mir die Zigarette angeboten und ich konnte nicht Nein sagen. Aber als ich zum Glauben gekommen bin und ein neues Leben gestartet habe, dann habe ich festgestellt, dass Gott in mir durch den Heiligen Geist so wirkt, dass er mir auch die Kraft gibt, bei meinem Nein zu bleiben. Und ich kann mich ganz gut erinnern, als ich wieder in der technischen Schule war und wieder in diesem Freundinkreis stand und wieder mir diese Zigarette angeboten wurde, dann konnte ich, dann hatte ich diese Kraft, einfach Nein zu sagen und bei meinem Nein zu bleiben. Und das ist bis heute so geblieben. Ich erinnere mich auch so oft daran, wie ich vor meiner Bekehrung mit meiner Schwester sehr oft gestritten habe. Wir waren wie Hund und Katze. Am Samstag war das bei uns so, dass wir unsere Wohnung aufgeräumt haben oder geputzt haben. Und wir hatten eine große Wohnung, eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und meine Schwester kam dann auf mich zu mit der Frage, Waldemar, was möchtest du aufräumen? Wohnzimmer, Elternzimmer oder Kinderzimmer und Küche? Kinderzimmer und Küche waren zwar von der Fläche kleiner, aber vom Aufwand, da war nicht weniger Arbeit. Und ich hatte gesagt, natürlich Wohnzimmer und Elternzimmer. Und meine Schwester, das geht doch nicht. Es ist nicht fair, das machst du jedes Mal so. Und ich habe zu ihr gesagt, das hast du doch selber vorgeschlagen. Welche Probleme hast du? Und hin und her und so haben wir sehr oft, vor allem am Samstag, sehr oft gestritten. Was ich nach der Bekehrung gemerkt habe, dass ich die Kraft hatte, auch geduldig zu bleiben. Und wenn meine Schwester bei solchen Situationen auf mich zugekommen war, dann hatte ich auf einmal die Kraft, geduldig zu bleiben, liebevoll und für Frieden zu sorgen. Und das sind auch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann wirkt er auch nicht individuell bei jedem bei uns. Er sorgt auch dafür, dass wir als Kinder Gottes zusammenkommen, dass wir eine Einheit bilden. Und diese Einheit heißt die Gemeinde. Und in der Bibel betrachtet haben wir ein Bild angeschaut. Und das ist so eine simple Darstellung. Aber diese Darstellung ist sehr einfach, aber gleichzeitig sehr lehrreich und hilfreich. Fabian, machst du das Bild? Genau. Wir sehen auf diesem Bild so mehrere Kreise. Und das sind wir, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass jeder von uns individuell zum Zentrum dieses Kreises schaut und die Verbindung hat. Und dieses Zentrum heißt Jesus Christus. Wir schauen, jeder von uns schaut zum Zentrum, zu Jesus Christus und um von Jesus Christus zu lernen. Wir möchten von Jesus Christus lernen. Wir möchten ihm nachfolgen. Wir möchten ihm nachahmen. Wir möchten in unserem täglichen Leben ihm immer ähnlicher werden. Und das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Aber gleichzeitig sehen wir, dass jeder Kreis miteinander verbunden ist. Also wir bilden eine Einheit, als ob wir die Hände miteinander halten. Und das ist die Gemeinde, wo wir als Kinder Gottes, unabhängig vom Alter, unabhängig davon, ob reich oder arm, dass wir zusammenstehen und dass wir mit und füreinander als eine Familie da sind. Und das zeigt dieses Bild. Warum ist das wichtig? Weil ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt, Geschwister, die sagen, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich taufen lassen. Aber ich bin kein Mitglied der Gemeinde. Leute, es ist falsch. Warum? Weil das ist nur die halbe Wahrheit der Bibel. Und es ist nur die Hälfte davon, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Der Heilige Geist wirkt nicht nur so, dass wir uns bekehren und taufen lassen. Er wirkt in unserem Leben so, dass wir die Notwendigkeit sehen, zusammen zu sein, eine Einheit zu bilden und in einer Gemeinde zu sein. Und die Ortsgemeinde, auch hier die Gemeinde in Niederbiber, ist eine Gemeinde nach dem Plan Gottes und das ist Leib Christi. Und du bist ein Teil davon. Und das ist wichtig, dass wir diese Wahrheit beherzigen und leben. Wir brauchen einander und in der Gemeinde stehen wir mit und füreinander. Ich möchte mit einem Zeugnis von Helene Wiebe beenden. Helene hat auf dem Erntendankfest ein Zeugnis gegeben und das passt einfach hier zu diesem Thema. Helene hat gesagt, als Egon noch am Leben, also Egon ihr Ehemann am Leben war, dann hat er gesagt, Helene, mach dir keine Gedanken. Wenn ich nicht da bin, dann wird Gott für dich sorgen. Und das letzte Mal haben wir gehört, wie Helene ihr Zeugnis gegeben hat. Und ich weiß, dass der Heilige Geist in der Gemeinde in diesem Fall gewirkt hat. Dass er in einer Person ein Verlangen bewirkt hat, dass diese Person Helene besucht hat und mit ihr ein Gespräch geführt hat. Vielleicht war in der Gemeinde eine Person, die für Helene gebetet hat. Es war auf jeden Fall eine Person, die Frauengruppe organisiert hat und mit dieser Frauengruppe Helene besucht hat. So, dass Helene nicht alleine bleibt. Und vielleicht war eine Person, die für Helene auch gebetet hat. Also man merkt einfach, dass wenn wir in Schwierigkeiten sind oder Probleme haben, dass Gott uns nicht alleine lässt, dass wir in der Gemeinde durch den Heiligen Geist gebraucht werden. Ich möchte jetzt zusammenfassen. Was bewirkt der Heilige Geist in unserem Leben? Er öffnet den Menschen die Augen, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind. Er leitet die Person zum Kreuz, damit er die Vergebung und Wiedergeburt erlebt. Er schenkt die Erneuerung der Gedanken und gibt die Veränderung im Leben. Er gibt auch die Kraft, damit wir ein neues Leben führen können. Und er sorgt dafür, dass wir nicht als Einzelkämpfer auf dem Feld stehen, sondern dass wir zusammenrücken, dass wir eine Einheit bilden und dass wir als eine Gemeinde zum Licht für diese Welt sind. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich denke, es ist auch ein Grund dafür, dass wir Gott heute Danke sagen, dass wir in unseren Gebeten einfach unsere Stimmen erheben und sagen, Gott, vielen Dank dir für den Heiligen Geist, den du gesandt hast, der bei uns ist, der in uns wirkt, der die Gemeinde zusammengestellt hat und dass deine Gemeinde da ist. Und ich möchte vorschlagen, dass wir einfach mit dem Gebet auch abschließen. Wir stehen dazu auf. Und wenn du Verlangen hast, zu beten, darfst du zu Gott Danke sagen. ? Ja. 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 Und... Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich danke dir, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes auch die Gemeinde entstanden ist und dass wir zusammen als eine Einheit stehen, um dir zu dienen. Danke dir für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen. Ein Video von uns hinsetzen.